Amerika. Ein Land. Millionen Meinungen. Und so gespalten wie noch nie. Finanz- und Politik-Expertin Sandra Navidi will verstehen, an was eine Nation glaubt. Was sie trennt, was sie vereint und an was Einzelne glauben. Wie hat Trump die USA verändert? Ich treffe seine Gegner, aber auch Befürworter und erfahre, was sie antreiben. Vom Taxifahrer zum Milliardär. Wer profitiert und wer verliert. Die Reportage-Reihe zu den Midterm Elections. Amerika. Hautnah erleben. Wie tickt Amerika? Sonntag, 23.05 Uhr.